SPARKEYOTE So, der SPARKEYOTE wieder hier mit einem Tipp, den wir richtig absahnen können. Und zwar ist das für viele junge Leute sehr interessant, wenn sie eigenständig leben wollen, und zwar das Ausziehen von zu Hause. Und da kommt natürlich ein riesiger Kostenpunkt dazu, und das ist die Miete. Und da empfehle ich wirklich jedem, sich zu überlegen, mit wem kann ich zusammenziehen. Habe ich eine Freundin, habe ich einen guten Kollegen, zu meinem WGZ oder eben meinem Lebenspartner mit der Freundin? Und das spart man einfach ungemein viel, weil man bis zu 50% von der Miete sparen kann. Und das sind halt eben die grossen Posten. Das spart man entsprechend mehrere hundert Franken, wenn nicht sogar über tausend Franken. Das heisst, versucht euch zu überlegen, ziehend in eine WG oder mit einer Freundin und da einfach möglichst viel Sparpotenzial rauszuholen. Weil das hilft euch dann auch langfristig zu sparen, entsprechend. Oder vielleicht auch mal schönere Perien zu gehen, weil ihr entsprechend auch weniger Miete zahlt. Wenn du da musst auch Licht bei mir. Mei zum Schluss Tanzbrand, habt 않는 Lock down,cellentunes oder Meltz. Ich bin dort oben. Wenn du kannst schon mal so zusammen nehmst James, 블� Chambers und glab two gezehend? Als du zum Schluss daneben war, wiederzuhl, würde ich bleiben?